Guten Tag meine Damen und Herren, und sollen Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Folge unserer Sendung auf Posten stehen. Ich habe vor einigen Wochen in Englisch eine Sendung verfasst, die sich mit den neuen Anti-Terror-Gesetzen hier in den USA beschäftigt. Und einige haben von dieser Sendung erfahren und haben mich gebeten, auch etwas hierüber in den deutschen Sendungen zu bringen. Und das möchte ich dann heute einmal tun. Sie haben vielleicht von diesen neuen Anti-Terror-Gesetzen gehört, die Präsident Obama jetzt unterschrieben hat. Und wenn nicht, möchte ich Ihnen kurz zunächst einmal etwas hierüber sagen. Und mir geht es nicht darum, hier ein politisches Statement zu bringen, sondern um Ihnen zu zeigen, was geschehen kann, wenn man nicht aufpasst, wie Geschichte sich wiederholen kann, und was das, was heute in Amerika geschieht, uns als Mahnung dienen muss, auch in Deutschland, auch in Österreich, auch in der Schweiz, auch woanders in Europa, dass so etwas auch dort sehr leicht geschehen kann. Ich möchte zunächst einmal das an einem Artikel vorlesen, den der Spiegel verfasst hat, und zwar am 4. Januar 2012, mit dem Titel Obamas Anti-Terror-Gesetz empört Bürgerrechtler. US-Präsident Obama wollte Guantanamo schließen und ist gescheitert. Jetzt unterzeichnet er ein Gesetz, das die Auflösung des Lagers de facto unmöglich macht. Zudem erlaubt die neue Regelung die zeitlich unbeschränkte Festsetzung Terrorverdächtiger. Der Tag dürfte mit Bedacht gewählt worden sein. An Silvester, als er davon ausgehen konnte, dass die meisten Bürger mit anderen Dingen beschäftigt sein würden, unterzeichnete US-Präsident Barack Obama an seinem Urlaubsort auf Hawaii ein hochumstrittenes Gesetz. Auf der einen Seite gibt der National Defense Authorization Act oder NDAA 662 Milliarden US-Dollar für den Militärhaushalt 2012 frei. Auf der anderen Seite schreibt das Gesetz Praktiken und Rechtswege in der Terrorbekämpfung fest, die Bürgerrechtler zutiefst empören und Obama wie jemanden aussehen lassen, der seine eigenen Versprechen bricht. Obama, der antrat, das Gefangenenlager Guantanamo zu schließen und mit den martialischen Anti-Terror-Methoden der Vorgängerregierung von George Bush zu brechen, hat mit der Unterschrift dem Druck des US-Kongresses nachgegeben. Nun, das ist nicht unbedingt richtig. Er hat selbst das zunächst einmal provoziert, wie uns andere Fakten das zeigen. Aber wie auch immer, typisch der Spiegel, es fährt hier wie folgt fort, dieses Magazin. Lange hatte er ein Veto angekündigt, dann aber, nachdem die Abgeordneten ihm in einigen Punkten entgegengekommen waren, seine Bereitschaft zur Ausfertigung des Gesetzes signalisiert. Diese Punkte waren zunächst einmal von Obama hineingepresst worden in den Kongress. Insgesamt umfasst der NDEE mehrere hundert Seiten. Umstritten sind jedoch vor allem zwei Abschnitte, die den Anti-Terror-Kampf betreffen. Sie sehen unter anderem vor, dass, und jetzt passen Sie gut auf, dass die US-Regierung Terrorverdächtige ohne Gerichtsverfahren festsetzen kann, Nicht-US-Bürger, die mutmaßliche Kaider-Kader sind, in Militärgewahrsam genommen werden sollen, dass US-Militär im Ausland Gefangenenlager errichten darf, dass US-Militär Terrorverdächtige innerhalb oder außerhalb der USA festnehmen, verhören und ohne zeitliche Beschränkung festhalten kann. Und wie wir alle wissen, wenn das Militär eine solche Macht erhält, wird diese Macht missbraucht werden. Wir haben das in Hitler-Deutschland erlebt, wir haben das unter Mussolini erlebt, wir haben das unter Stalin erlebt, wir haben das in vielen anderen Ländern erlebt. Und jetzt wird Folgendes gesagt in diesem Artikel. Schon Mitte Dezember hatte das Weiße Haus angekündigt, dass es von seinem Vetorecht keinen Gebrauch machen würde. Seitdem waren Menschenrechtsorganisationen alarmiert. Jetzt rufen sie zum aktiven Widerstand auf. Amnesty International sammelt Unterschriften gegen das Gesetz. Human Rights Watch erklärte, Obama werde in die Geschichte eingehen als DOS-Präsident, der zeitlich unbeschränkte Festsetzungen ohne Prozess im US-Recht verankert hat. Auch die American Civil Liberties Union hat eine Petition angesetzt. Obama selbst ist ausdrücklich unzufrieden mit dem Gesetz. Das hat er gesagt. Ich unterzeichne das, ich bin aber nicht sehr zufrieden damit. Bei der Unterzeichnung erklärte er, er habe ernsthafte Vorbehalte. Er versprach, dass eine Regierung das Gesetz so auslegen werde, dass keine US-Bürger zeitlich unbefristet festgesetzt werden dürfen. Eine Intention, die rechtlich gesehen absolut keinerlei Bedeutung hat. Die kann heute gesagt werden, die kann morgen wieder rufen werden. Und wie sieht es mit den Nachfolgern aus, die so an eine solche Intention ohnehin nicht gebunden sind? Der Artikel fährt fort zu schreiben. Bereits Mitte Dezember hatte die New York Times Obama für seine absehbare Entscheidung scharf attackiert. Das Gesetz kann eine künftigen US-Präsidenten, die Autorität geben, US-Bürger lebenslang ohne Prozess oder Anklage ins Gefängnis zu stecken. Und das kann natürlich auch der Fall sein für den jetzigen US-Präsidenten. Denn wie gesagt, diese Intention bedeutet absolut nichts. Und dann heißt es hier am Ende dieses Artikels, Zustimmung erhielt Obama dagegen vom konservativen Wall Street Journal. Die USA scheinen einen politischen Konsens gefunden zu haben, der um einiges näher an den Regeln von Bush, Cheney und Rumsfeld liegt, als deren Kritiker zugeben wollen. Ob das allerdings eine sehr positive Entwicklung ist, bleibt dahingestellt. Dann heißt es, die einzigen, die dieses Ergebnis nicht mögen, sind jene auf der Linken, die mittlerweile sowieso irrelevant sind. Jene auf der Linken, die irrelevant sind? Das ist die abwertende Feststellung der Wall Street Journal über etwas, was vielen Rechtsexperten gemäß total verfassungswidrig ist. Aber nicht nur das. Die Frage ist natürlich, wie wird man Terrorverdächtiger? Zunächst ein Artikel aus der International Business Times. Der schrieb am 1. Januar. Jetzt ist es offiziell. Obama hat den NDAA gestern unterschrieben. Während Millionen Amerikaner das neue Jahr begrüßten, hat Präsident Barack Obama den NDAA unterschrieben. Der NDAA gibt dem Militär die Macht, US-Bürger auf der ganzen Welt gefangen zu nehmen und gefangen zu halten, ohne dass deren Schulden einem fairen Gerichtsverfahren beurteilt würde. Der National Defense Authorization Act wird dem US-Militär die Befugnis geben, jede Person, die verdächtigt wird, eine Bedrohung für die nationale Sicherheit zu sein, festzunehmen und für unbestimmte Zeit an einem geheimen Ort festzuhalten. Wie beim Patriot Act hätte eine solche Person keinerlei Anspruch auf einen gesetzlichen Verteidiger. Zudem muss gegen eine solche Person noch nicht einmal Anklage erhoben werden. Obama sagte noch, er wolle klarstellen, dass während seiner Amtszeit kein Amerikaner ohne faires Gerichtsverfahren eingesperrt würde. Er glaube daran, dass so etwas die von der Verfassung bestimmten Rechte seiner Mitbürger einschränken würde. Vor einigen Wochen hatte Obama gedroht, gegen den NDAA sein Veto einzulegen. Obama war auch derjenige, der gesagt hatte, er würde Guantanamo schließen, falls er zum Präsidenten gewählt würde. Sie haben sicherlich von Ron Paul gehört, einem der Kandidaten der Republikaner, der sich für das Präsidentschaftsamt bemüht. Er hat gesagt und hat sich sehr klar gegen dieses NDAA gestellt. Wall Street Journal sagt, er muss also einer zu den Linken dann sein oder dazu gehören, der irrelevant geworden ist, keineswegs. Er hat gesagt, was dieses Gesetz tut, es hat damit das Kriegsrecht für Amerika erklärt. Aber sein Sohn Rand Paul, der ist ein Senator in Kentucky, ebenfalls ein Republikaner. Und er hat gesagt, man solle sich nicht naiv an diese Dinge heranbewegen, denn wie wird man zu einem Terror verdächtigen? Und er hat gesagt, okay, wenn Sie zum Beispiel eine Waffe haben, gesetzlich geschützt, eine Waffe hier in Amerika, in Ihrem Haushalt, oder wenn Sie Lebensmittel haben, die für länger als sieben Tage dauern, oder wenn Sie zum Beispiel an einer Hand zwei Finger haben, die fehlen, dann sind Sie damit nach den Gesetzen der Vereinigten Staaten, wie er das ausdrückt, bereits schon zu einem potenziellen Terrorverdächtigen geworden. So weitreichend sind diese Dinge bereits gediehen. Wir sollten uns klar vorstellen, was alles dies bedeuten kann. Und wir sollten daran denken, was in Deutschland geschehen ist, wie ich sagte, im Zweiten Weltkrieg. Hitler war ja auch legitim gewählt worden, zunächst einmal. Und dann kamen seine Gestapo und seine anderen militärischen Organisationen und haben dann einen Terror veranstaltet, der eigentlich seinesgleichen sucht in Deutschland. Aber wir sollten nicht glauben, dass so etwas nicht wieder auch in Deutschland geschehen kann. Das sind Warnungen, die uns andeuten, wie weit sich der Mensch von Gott und seinem Gesetz entfernt hat. Und dann wundern wir uns, warum wir eine Misere erleben, die, wie Christus sagt, so schlimm sein wird, dass wenn er nicht zurückkommen würde, um diesen Wahnsinn, auch der Politiker, die uns ins Abseits hineinstürzen, wenn er diesen Wahnsinn nicht beenden würde, kein Mensch würde am Leben bleiben. Das sind die Zeiten, meine Damen und Herren, in Ihrem Leben. So wachen Sie bitte auf und lassen Sie sich von dem in irgendeiner Form beeinflussen, was uns menschliche Führer, Leiter, wo immer sie auch sein mögen, aus der politischen Bühne heraus erklären wollen. Keiner, egal in welchem Lande er lebt, keiner ist in den Augen Gottes qualifiziert, ein solches Amt überhaupt zu haben. Und wenn Jesus Christus zurückkommt, wird er die unqualifizierten Politiker durch qualifizierte Führer und Leiter, die sich in diesem Leben qualifiziert haben, ersetzen. Das ist die Wiederherstellung des reiches Gottes hier auf Erden, auf das wir warten. Und Christus sagt uns ja, zu beten zu dem Vater, dein Reich komme. Es möge bald kommen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Norbert Link für eine Sendung, auf Posten steht. Ein. Das ist die Ge nem Damit variiert. Untertitelung des ZDF, 2020